Ein neues Signature-Modell der Akademiker-Serie, und zwar Signature James Morrison JM1 mit Goldmessing Mundrohr, Goldmessing Schallstück, 127 mm Durchmesser und mit der Reverse Leadpipe Ausführung, das heißt, dass der Stimmzug über das Mundrohr geht und dadurch der Luftstrom ungehindert fließen kann. Das Instrument hat Monilventile, die sehr leichtgängig sind, die Stimmung ist hervorragend und auch der Klang dieses Instruments ist beeindruckend. Man kann damit von der Klassik bis zur B-Band alles spielen. Ein Instrument für ambitionierte Amateure, aber auch für Profis geeignet. Musik Musik Untertitelung. BR 2018